Ja ihr Lieben, ich begrüße euch zur nächsten Programmvorschau. Heute am 01.06.2022 ist natürlich wieder einiges los und ihr wisst ja, ich muss mich immer wieder für einige, nein nicht für einige, sondern für ein Bild entscheiden. Das ist jetzt das hier, fand ich jetzt auch wirklich einen ganz tollen, hervorragenden Beitrag, der auch da nochmal zum Nachdenken anregen kann, manche Menschen vielleicht aufwecken oder aufwachen kann, das weiß ich nicht. Also ohne Animosität, ohne Bösartigkeiten, aber prima nochmal den Begriff Heimat beschrieben, umschrieben und inwieweit der schon mittlerweile ja ad absurdum geführt worden ist oder gar nicht mehr besteht. Und für unsere türkischen Landsleute blende ich jetzt nochmal was ein, die deutsche Übersetzung wird dann gleich folgen. Auf Wiedersehen Europa, auf Wiedersehen Deutschland und viel Spaß in der neuen Welthordnung. Tja und die restlichen Punkte und natürlich auch diesen Beitrag wie die restlichen Beiträge könnt ihr dann anschauen bei VK, BitChute, Odyssey, Rumble, die sich den Trailer bei Wake News TV aufrufen, entsprechenden Link kopieren, ab in die Browserzeile und dann vielleicht bis gleich. Tschüss. ... ...